Äh, ja, scheiße, hä, hä, witzig. Ich bin hergekommen, um meine Freunde zu retten, also bin ich ja ganz eigentlich dafür, um Mia zu retten. Apparently I belong here. Ich sende Hilfe. Don't bother. There won't be anyone left to help! Oh! Hm. Okay. Wow. Passiert noch was? Hm. Ethan? Thank you. How else was I going to choose? Ethan! Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Is that the boat? What the fuck did that get here? Right, that's the ship that's lying there. But that's not just a ship, that's... You're okay. What the hell was that? What the fuck? What is that? What is that? What's that? Okay. Mommy. This way. I don't know his name. I don't know his name. No way? I don't know how to... I don't know where it is, but... Bin ich jetzt grad zu saue? Fang besser an zu laufen Ähm Ja gut, dann gehen wir einfach mal Geht jetzt nicht gedacht, ob es doch noch so lange geht Ethan? Ethan! 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 Ich stirb diesen jetzt Ich glaub einfach mein der ja Ähm, da lang Drehen und noch mal drehen Alles klar Da geht's nicht weiter Woran ändert sie sich? War sie schon mal hier? Sie war schon mal hier Bin ich mal gespannt Ah, ist so dunkel hier drin, oder? Es ist so dunkel hier Da können wir rein Okay Okay Woah Das ist jetzt ein bisschen strange Das hab ich nur getan Also eigentlich ist sie ja geheilt, oder? Oder etwa nicht? Oder kann man gar nicht geheilt werden? Bin ich hier? Ja Paul Paul Okay Okay Woah Woah Er muss sich vor etwas versteckt haben Genau Genau Das ist richtig Steht da? Sie ist nicht mein Kind Was ist hier vorgefallen? Sie ist in mir, sie ist in jedem Was ist diese andere her? Was ist diese andere her? Ich gehe nochmal kurz aus der anderen Seite Ich will nichts vergessen hier unten Okay Das ist zu, alles klar Gut Gut für mich Dann gehen wir einmal hier lang Tanke Annabelle Gebaut 87 Was ist das für ein Schiff? Ist das ein Forschungsschiff? Ist das das Mädchen, was im Kinderzimmer war? Als wir diesen Arm geholt haben Ah, ne Leiter Warte mal, ich guck mich ganz kurz um Ne, ich muss da runter Oh Du sagst, wir könnten eine Familie sein Was sprachst du? Du sagst Warte Ich bin total Begrüß Was hab ich getan? Flüssige Chemikalien Gott 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 Warum ich? netzwecklicherung sie dass diese minder entwickelten sicher die tür nicht öffnen bürgern bürgern ok Komm nie zurück. Okay. Ist hier noch was? Ich mach die Tür auch mal zu. Okay. 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 Wer weiß, was ihr vorgefallen ist? Ich wollte mal diesen Zeitschritt erleden. Bootfahrt auf dem Amazonas. Okay. Ich habe auch überhaupt keine Waffen, um ehrlich zu sein. Ja, da ist was drin, da hätte ich mir denken können. Da brauche ich eine Karte für. Okay. Ich höre schon wieder Stimme. Ah, eine Form und eine Pistole. Das gab es dann noch nie. Okay. Aber Leute, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Wow, hätte nicht gedacht, dass es noch so lange geht. Naja. Bis dahin, macht es gut.